So, richtig pünktlich sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt euch mit was zu trinken versorgt. Ich habe mir hier noch einen Tee eingegossen und dann schöpfen wir schon Kraft um eine Stunde durchzuhalten, würde ich sagen, oder was? So, du brauchst immer noch Holz, glaube ich. Ja, stimmt, wir brauchen noch Holz. Na, Dienchen, bist du noch da? Oder habe ich dich schon wieder vergraut? Wenn du noch da bist, weißt du, wo ich Holz herkriege? Ich brauche Holz. Und zwar ziemlich viel. Also in der Special Edition sind die deutlich seltener als im Original. Die wachsen aber auch, hallo. Also, die Special Edition läuft in der Regel relativ stabil. Da hast du nur noch den Standard-AI-Kram und so, aber das Schlimmste ist raus. Und dann gibt es auf, hier dings, Pumps, Nexus. Ja, bin ich. Aber der Puls geht hoch, oder was? Auf Skyrim Nexus gibt es auch Fan-Patches, die das dann eben noch glattziehen und dann hast du da eigentlich kein Problem mehr mit. Und dann kannst du das modden bis nach Mappen und dann hast du Spaß, ne? Weißt du denn, wo ich Holz herkriege? Nadienchen? Oder muss ich mir diese Antwort jetzt erst teuer erkaufen? Wir haben auf jeden Fall hier auch noch eine Quest. Stell eine Waffe her. Sollten wir vielleicht mal eben auch noch machen, oder was? Sonstiges. Finde heraus, was der Schlüssel öffnet. Welcher Schlüssel und wie finden wir das heraus? Was ist das? Hier gibt es einen Cocktail. Cocktail gefällt mir. Leiter des öffentlichen Teams. Kinguin. Bei Kinguin muss ich irgendwie an einen Key-Reseller denken. Ist auch nicht, wieso. Wir gehen jetzt erstmal... Ne, warte. Notfall kannst immer noch zur Holzfarm gehen. Vom Vault. Holzstämme sammeln, beziehungsweise da, wo du gekocht hast, liegt auch was gestapelt. Da, wo ich gekocht hab? Holzstämme sammeln, so weit waren wir schon. Dann bin ich rumgelaufen wie so ein Irrer. Dann hab ich nichts gefunden. Aber bei der Vault hat er recht. Schwarzbrennerhütte. Einsamme Hütte. Hier ist Holz. Guck mal, lass mal hier hingehen. Markierung. Bewegen. Wir gehen mal da hin. Wir sammeln jetzt ein bisschen Holz ein. Das hilft nix. Und dann, wenn wir eh auf dem Weg sind, können wir die Quest mitmachen. Auf geht's. Was ist denn das? Was ist das denn? Da hat sich aber auch jemand gesagt, du, weißt du was? Ich fang mal an, ein bisschen was selbst zu brennen. Oder sind das Generatoren? Ach, hier im Wasser. Hät sich so Wassergeneratoren hingestellt. Das zum Beispiel finde ich jetzt halt wieder lustig. Da kannst du dann sehen, was die anderen so gebaut haben. Ich kann ihm hier so ein paar Mutterbären klauen. Sehr nett von ihm. Und ich scheine wieder durstig zu sein. Oder was ist das hier für ein Symbol? Vorsicht. Da sind Zecken. Ja, das kriegen wir hin. Ich hab ja hier so eine... Wer ist das denn hier? Machete. So. Ruhe die schon mal raus. Und mit meiner Machete an meiner treuen Seite. Solche Base farme ich gerne ab. Gibt viel Wasser. Wasser auch. Wollen wir eben gucken. Wenn man da einfach so rein kann. Wenn die nicht auf einen schießen. Ich dachte immer, die wären dann Akku, wenn ich da einfach reingehe. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich es angreife, wa? Mal sehen, was wir hier so finden. Wir müssen ja immer an den Survival-Aspekt denken. Das ist vielleicht auch ein so ein weiteres Ding. Warum es einfach nicht so ganz meinen Nerv trifft. Weil ich dieses Survival-Essen und Trinken gedünse. Das geht mir auch von Nüsse. Da hab ich da keinen Bock drauf, weißt? Ich will einfach nur rumabenteuern, die Welt erkunden. Ich hab keinen Bock mir dauernd irgendwie Wasser zu organisieren. Hallo. Hallo. Wie heißt der? Das Leben ist zu kurz, um es mit Mördern und so weiter zu verbringen. Da hast du wohl recht. Gibt es hier Wasser? Jawoll! Von der Cross? Geil. Grüße gehen raus und danke für den Tipp. Hier könnte ruhig noch ein bisschen mehr Wasser sein. Komm schon, gib mir doch noch ein bisschen mehr Wasser. Einmal drei ist ein bisschen wenig. Oder? Aber immerhin. Manchmal sind sie auch gesperrt. Dann bekommst du nichts. Aber hier ging's. Der war jetzt so frei und... Hallo? Geständnis eines Süchtigen. Okay. Ich glaub, der hat sich immer so ein bisschen ordentlich Radaway reingedrückt oder was? Manchmal sind sie auch gesperrt. Dann bekommst du... Das hatte ich schon. Ja. Das war's dann wohl. Ich denke, so was nennt man einen Tiefpunkt. Hm. Mais, alter. Ich vermisse ihn immer noch, Billy. Ich weiß, dass er zu jung für mich war. Aber er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Vorher eigentlich der alte Billy fehlt. Der, der den ganzen Tag mir jetzt anderes gemacht hat, als mit mir Radio zu hören und zu trinken. Stabiles Leben, würd ich sagen. Also wenn ich in dieser Situation wäre, würd ich glaub ich das gleiche machen. Radio hören und mir die Birne zu ballern. Und die Kinder sollen als Billy und seine Freunde anfingen, kleine Katzen und Hunde zu quälen. Seine Freunde taugten nichts. Aber mich hat das nicht abgeschreckt. Ich kann gar nicht glauben, dass ich es erst kapiert habe, als ich sah, wie die Köpfe von Leuten auf Pfähle gesteckt wurden. Mhm. Also, was bleibt einem alten Mädel wie mir übrig? Ich stehle alle Nahrungsmittel. Ich stehle alle Camps. Und dann hau ich verdammt nochmal ab. Ich würde mein letztes Essen eintauschen, nur um ihre Gesichter zu sehen. Ich weiß, dass Billys Freund das richtig sauer machen wird. Aber das ist mir scheißegal. Was ist mit deinem Bein los? Ist dein Bein wieder in Ordnung? Gut. Ich sage mir, dass die kleine Stadt auf der anderen Seite des Flusses mir leid tun sollte. Aber wenn ich ehrlich bin, und dafür ist dieses Band gedacht, ist mir das vollkommen egal. Ich bin süchtig. Ich bin überladen. Das sind nicht die Camps, die mich letztendlich fertig gemacht haben. Das war immer Billy. Oder Mais essen. Knuspern uns ein bisschen Mais rein. So. Und wir müssen was trinken. Nehmen wir doch aufbereitetes Wasser. Alter, da haben wir jetzt aber ordentlich. Also mit Wasser brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr geizen. Das läuft. Bin ich noch überladen? Nein. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Was ich auch dem Spiel positiv anrechne. Ich will ja das Ladinchen auch nicht denken, dass ich alles hasse. So ist es ja nicht. Was mir sehr gut gefällt, ist die Welt. Das sage ich, wie es ist. Die Welt sieht zum einen sehr hübsch aus. Vor allen Dingen für die Engine halt. Und es lädt schon krass zum Entdecken ein. Also ich würde das Ding, wenn man diese privaten Server nicht bezahlen müsste, dann wäre ich glaube ich zufrieden. Dann würde ich mir so einen privaten Server dahin ballern. Oder ihn am besten selber hosten, wenn das mal möglich wäre. Aber das geht natürlich nicht. So eine Idee kommen die ja nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich schon Private Server? Hat doch 100 pro schon jemand eine Private Server Kiste rausgeballert. Das wäre so ein Ding, das könnte ich mir dann vorstellen. Private Server aufsetzen für mich und meine Buddies. Dann kann ich da in meinem eigenen Private Server wieder ein bisschen Mods vielleicht sogar noch installieren. Vielleicht ein bisschen an den Werten drehen. Dass Nahrung und so vielleicht nicht so schnell abgebaut wird. Dann würde ich mir erstmal modden, dass die Truhe ohne Geld wesentlich größer ist. Und dann lasse ich da meine Buddies mit drauf und dann kann man zusammen Spaß haben. Das wäre cool. Das wäre cool. Müssen wir mal gucken. Das gibt es doch bestimmt schon. Zumindest auf dem PC hat doch 100 pro irgendjemand schon eine Server Software dafür schon geschrieben. Ich kann mir ja auch vorstellen, so hochbegabt wie Bethesda ist, kommt man da relativ easy ran. Oder? Komm schon. Bei Diablo 3 haben sie es auch geschafft. Und Blizzard hat sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben und mehr Erfahrung. Man muss es ja sagen, die haben halt auch keine Erfahrung damit. Das ist das erste Multiplayer-Spiel, dafür ist es ja ganz okay geworden. Also, oh. Oh, oh, oh. Er schießt. Das ist schlecht. Schießen ist schlecht. Warte mal. Ah, das muss irgendwie noch besser werden. Oh. Q wollte ich jetzt mal drücken, ne? Ihr seht halt, es hält die Zeit nicht an. Aber er macht Auto-Aim. Das ist gut für mich. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Ist besser, als wenn ich selber aime, ne? Guck mal nach... Dann hole ich mir das auch noch für PC. Das wäre doch cool, ne? Oder? Ich gucke mal wirklich einfach aus reiner Interesse, ne? Dass es so was gibt. Aber so es ging ja sogar tatsächlich... Oh. Ist jetzt halt so ein kleiner Auto-Aim. Oh. Okay, aber der ist doch schon relativ freudig. Da bin ich dann doch besser, wenn ich selber aime. Oh, oh. Sind jetzt alle tot? Wie der umklötert, ey. Witzig. Das Wreckdollen ist auch lustig. Da bin ich auch ehrlich. Das sieht halt lustig aus. Impro-Revolver Plus. Wum ich wieder überladen. Noch nicht. Nachladen? Oh. Ich wollte nachladen. Wir müssen eigentlich auch mal hier ein bisschen was mit dem Waffenwerkbank. Gegenstände verwerten. Herstellen. Kann ich denn schon irgendwie was Cooles herstellen? Ich brauche mal was, dass man auch ein bisschen... Ein bisschen was schafft. Impro-Waffen. Schaden 12. Impro-Repetier-Pistole. Schaden 40. Injektor. 40 Schaden. Was haben wir momentan? Wenn ich so gucke in meinen Pip-Boy. Was haben wir denn so? Ein Serfen. Werfen. Schaden 40. Gut, das wird nicht besser. Da können wir eher aufpimpen, ne? Und wir haben halt hier dieses Jagd... Warum kann ich das nicht benutzen? Du hast nicht die erforderliche Stufe zum Ausrüsten dieses Gegenstandes. Stufe 20. Ja geil. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Wo bin ich denn? Wo sehe ich meine Stufe? Bestimmt bei den Stats. Ja. Ne. Das ist doch ein bisschen hin, ne? Das ist doch ein bisschen hin. Dann machen wir eben erst mal F. Und das als Favorit... Ne. Scheiße. Wie mache ich denn was als Favorit? Ansicht und reparieren, ablegen, sortieren. C ist natürlich Fuff, nicht F. Und mit Z können wir gleich mal aufleveln. Habe ich auch wieder vergessen. Wir sind ja schon wieder Level aufgestiegen, ne? Z, Kämpfer legen. T, Stufenanstieg. So. Nu aber. Du hast Stufe 5 erreicht. Pazifisten-Modus in den Spieleinstellungen deaktivieren, um PvP zu ermöglichen. Ja, ne. Lass mal du. Du hast ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Ich schätze schon. Ich weiß nicht, was dein Skill-Paket ist, aber... Machen wir da auf. Oh, nein. Ist es etwa eine Lootbox? Ist es eine Lootbox? Wie behält man am besten ein reines Gewissen, in dem man gar keins hat? Er hat recht. Kann ich diese Dinger kaufen? Diese Skill-Pakete für echt Geld? Frage für einen Freund. Kann man das... Kann man das im Echtgeld-Store kaufen? Sind das... Sind das Lootboxen? Sind das hier gerade... Habe ich gerade eine Lootbox geöffnet? Habe ich das richtig verstanden? So. Was machen wir denn jetzt mal? Strength. Stärkt du deine Kraft, der Wert bestimmt wie viel du tragen kannst? Da müssen wir erstmal machen. Einmal mehr Strength, würde ich sagen. Deine Einhand-Nahkampfwaffe verursacht nun 10% mehr Schaden. Champs, darunter auch Simpacks, wiegen 30% weniger. Weil. Aber 10% mehr Schaden ist auch geil. Machen wir das. Bums. Bums. So. Stufe 2. Geil. Und dann haben wir noch ein Level, oder? Was nehmen wir denn dann mal? Endurance. Ausdachsteht deine Süße Fitness. Der Wert bestimmt wie eine Gesundheit. Dein Widerstand gegen Krankheiten. Und wie stark du sprinten kannst. Perception. Wahrnehmung bei Fass von Gegnern in der Nähe. Die Fähigkeit Schleichbewegungen zu entdecken. Und die Waffenprinz zu einem VAT. Meine. Gassige Kapazität. Fähigkeiten Terminals zu hacken. Ja. Uns Zeit in Geschick. Der Wert bestimmt wie viele Aktionspunkte du hast. Luck. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal auf. Endurance. Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken. Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25% besser. Nice. Her damit. Erstmal ein bisschen den Survival Aspekt stärken. Und dann können wir nachher in andere Sachen reingehen. So. Nice. Muss ich die jetzt da oben ausrüsten? Oder wie genau funktioniert das? Jetzt ist die ausgerüstet. So. Ich kann immer nur eine Karte ausrüsten. Was ist das für eine Karte? Das ist eine Perception Karte. Kann ich auch ausrüsten. Und habe ich noch eine Charisma Karte? Ne. Ich habe noch eine Strength Karte. Okay. Das war es. Verlassen. Nice. So. Ich würde jetzt gucken, ob man hier noch was looten kann. Die Problematik ist, unser Inventar ist wieder komplett voll. Eine goldene Gabel. Wir sind genau am Limit. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal wieder verkaufen. So räudig. Wo ist denn hier was zum Verkaufen? Muss ich bestimmt wieder nach Wayne Ward. Spaß. Dann gehen wir da erstmal hin. Wir sind jetzt zwar gerade da, wo es Holz gibt. Aber. Ohne Platz im Inventar können wir kein Holz mitnehmen. Also müssen wir erstmal wieder verkaufen gehen. Auch schnell reisen. Nix schnell reisen. Ist so nah. Ich möchte bitte meine Markierung hier hin bewegen. und dorthin laufen und hoffen, dass sich dort irgendwo ein Händler befindet. Und in unserem Camp könnten wir dann ein bisschen Zeug einlagern. Weil ich trage natürlich jetzt auch eine Menge Zeug mit mir rum. Hier. Mais und so ein Scheiß. Das brauchen wir ja gar nicht. Gutshof Wechseln haben wir entdeckt. Nice. Wer ist denn hier so am Ballern? Ich sehe niemanden. Egal. Wir gehen erstmal weiter. Das sieht doch wieder nach einer Spielerbase aus. Die Order. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Groß Neu ist ja auch nochmal an dieser Stelle hier. Bekommst immer mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten durch die Karten. Ja. Aber ich kann immer nur eine Karte ausrüsten. Man kann nicht mehrere Karten... Also für Strength kann ich mir eine Karte aussuchen, die ich dann ausrüste. Ich kann aber nicht sagen, ich möchte den haben und den und den und den. Oder wird das auch später möglich, dass man mehrere Karten ausrüstet. Das sieht am Ort aus. Oh oh. Oh, guck mal. Selbst wenn du hier rumgehst, auch rad. Überall rad. Alles von der rad. Wir sollten uns mal eben hier rad away reinknallen. Ich habe doch hier bestimmt irgendwo rad away. Verdünnt. Ah, das reicht doch erstmal. Reicht das, reicht das, reicht das, reicht das, reicht das? Nicht ganz. Naja, aber nicht so schlimm. Und dann hauen wir uns noch ein... Was mit S war das doch? Stimpack, genau. Nice. Uns geht es wieder gut. So, hier ist ein Ort. Wir schauen, ob wir dort irgendwo einen Händler oder sowas finden. Wir sehen auf jeden Fall wieder eine Wasseraufbereitungsanlage. Stimpack wirkt nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Leider nichts drin. Hier kann ich doch bestimmt was verkaufen. 100 Pro. Ein Munitionsautomat. Automat für medizinische Vordrücken. Wie nice sind das? Mein Inventar. Aber ich kann das jetzt nicht verkaufen. Also ich kann hier nicht einfach irgendwelches Schrott verkaufen. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und ich denke bei ihr an der Bar, da können wir Zeug verkökern. Ich glaube das geht. Ich glaube das geht. So. Moin. Du hast ein sehr gut definiertes Gesicht. Lass uns mal handeln. Ich muss erstmal jede Menge Schrott verkaufen. Erstmal alles was hier so ist. Ist jetzt erstmal wieder so. Dam, 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 dam. Erstmal durchentern. Gucken ob wir irgendwas... Ich kann doch bestimmt einen Holzlöffel wiederverwerten, oder? Da kriege ich Holz raus. Das lassen wir. Wir sollten vielleicht mal gucken wo man Holz rauskriegt. Hier kriege ich Stahl raus. Brauche ich erstmal noch nicht. Glas brauche ich nicht. Metalleimer brauchen wir nicht. Mr. Handy Treibstoff. Brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt erstmal nur Holz. Wir bauen erstmal stumpf nur ein Haus. Und danach kümmern wir uns um den... Hier gibt es nochmal Holz. Warte den Pümpel behalten wir. Abbrechen. Man kann alles zerlegen. Außer es ist bereits zerlegt. Fuchs hast du schon Phasmophobia runtergeladen? Ne ich musste erst noch kaufen. Und ich war natürlich so schlau es nicht während des Steam Sales zu machen. Deswegen wird es jetzt 2 Euro teurer. Bin ganz traurig. Da kriegen wir Holz raus. Holz. Weg. Silber weg. Aber können wir auf jeden Fall mal machen. Ich hätte da mal Bock drauf. Ich würde das dann auch... Wäre als Stream ganz cool. Ich glaube meine Brüders wären auch mal dabei. Die sind da auch ganz cool drauf. Vor allen Dingen... Zumindest der eine. Beim anderen weiß ich nicht. Da könnte man so eine kleine Runde zusammen daddeln oder was? Stream wäre das ganz schön. Bestimmt witzig. So. Was habe ich noch für Müll? Waffen? Oh so viel Müll wieder eingesammelt. Muss ja hier wahrscheinlich auch mal reparieren. Oh die sieht gar nicht mehr schlecht aus. Die sieht... Die sieht ganz gut aus. Das Ding kann weg. Sammle Kronkorken. Kampfmesser. Kampfmesser macht 12 Schaden. Was macht denn mein... Meine Machete? 20. Ja weg mit dem Kampfmesser. Leuchtpistole. Weg. Kampfmesser. Weg. Schlagring. Weg. Rohrzange. Weg. Sichel. Weg. Splittergranate. Ich und Granaten. Wer mich kennt. Weg. Kampfgewehr Level 20. Braucht keine Sau. Weil können wir eins behalten. Bin wieder da. Was habe ich verpasst? Och Gott nicht so viel. Ganz so viel. Ich stelle mir das gerade vor. Wie du aus Holzlöffeln dein Haus zusammenklöppelst. Du das geht? Das klingt doch genau nach mir oder nicht? So könnte ich sein. Ja. Aufbereitetes Wasser. Das hat natürlich auch ein bisschen Gewicht. Chili. Gedärme. Das kann glaube ich weg. Fantastischer Opossumkram. Heben wir erstmal auf. Hirnpilz heben wir auf. Mais haben wir ziemlich viel. Wie viel haben wir denn wieder Platz? Wir haben halt echt schon ganz schön viel. Wodka. Wodka. Ganz schön viel Platz für nichts irgendwie. Ich weiß gar nicht wo das alles wegkommt. Egal. Bup 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 bup. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder zu dem Holzgebiet. Hundefutter. Ja das ziehe ich mir die ganze Zeit rein. Buffett. Buffett. Kann weg. Gucken mal. Jetzt sammeln wir erstmal Holz. Dann gehen wir zu unserer Base. Bauen ein bisschen die Base. Dass da wenigstens ein Haus steht oder sowas. Wo wir unsere Kiste drin haben. Und dann. Machen wir wieder Quests würde ich sagen. So. Meinst du Manteth? Doch fährt so ein cooler Roboter rum. Der wird wahrscheinlich aggro wenn ich die Kühe kaputt habe. Na band. Na band. So wo muss ich hin? Orientierung sind schlecht. Deswegen mache ich mir wieder eine Markierung. So. Da müssen wir hin um etwas Holz zu organisieren. Auf geht's. Kann ich rüber jumpen? Jawoll. Das geht noch. Hallo. Und. Aber nicht ins Wasser rein. Das Wasser ist verseucht wie wir gelernt haben. Los los. Au. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Ich glaube das sind Schweine. Ja. Könnte sein. Wobei waren das nicht Brahims? Bra... Bra... Ne. Das sind keine Schweine. Das sind Kühe. Brabinen sind merkwürdige. Gehmanipulierte. Doppelköpfige Kühe. Bin mir sehr sicher. Tatsächlich. So jetzt schauen wir mal eben nach Holz. Das sieht für mich zum Beispiel jetzt lootbar aus hier. Jawoll. Oh mein Gott. Wir haben Holz gefunden. Das ist uns ja noch nie passiert. Richtig krank. Warte. Ich hole erstmal eine... Waffe raus. Ich höre nämlich hier so komische Geräusche. Das macht mir Sorgen. Das kann man aber alles nicht einsammeln. Den ganzen Cromster. Das sieht nach Holz aus. Jawoll. Holzreste hinzugefügt. Geht da noch mehr? Ja, man kann da mehr einsammeln. Ich würde super gerne mit Phasmut spielen. Ja, also... Unmöglich. Das ist nix. Wir haben ja schon mal so ein communitymäßiges Ding gemacht. Ich muss mir das nur vorher angucken, wie das genau abläuft. Ob das auch Sinn ergibt. Dass wir das irgendwie zusammen dann... Daddeln. Und ob man dann mit Voice oder ohne Voice... Müssen wir mal gucken. Aber Bock hätte ich da schon drauf. Können wir uns ein bisschen einkacken. Das wird doch super. Ich und gruseliges Zeug ist immer ein Garant für Freude. Solange es einen Mützenmann gibt, bin ich glücklich. Das ist doch auch Holz, oder nicht? Kann man aber nicht einsammeln. Da spielt man mit Stimme. Das geht nur mit Voice. Okay. Ich kenne das halt gar nicht. Ich weiß nur, dass das voll gehypt ist. Und... Irgendwie gruselig. Und dass man das im Koop spielt. Aber mehr weiß ich da noch nicht drüber. Und dass mein Bruder meint, wir müssen das mal zusammen darstellen. Also, das ist so mein Status momentan. Ist du tot? Lebst du noch? Er ist tot. Puh. Ist ja ekelig. Woran erinnert mich denn das? Ah, ich weiß, woran mich das erinnert. Wer... Junge. Das ist jetzt nicht... Das ist aber nicht nett von dir. Habe ich den so weggehittet? Ja, nice. Den haben wir so einfach weggeballert. Mega gut. Das ist die Mucke. Ich würde die ja sogar so gerne anmachen. Aber ich sag euch, wie es ist. Das kannst du alles YouTube-mäßig sofort vergessen. Sobald irgendwo Mucke läuft, verschissen, ey. Ist bei Cyberpunk schon so schlimm. Weil die ein paar wirklich moderne und auch für das Spiel von berühmten Bands gemachte Lieder drin haben. Und ich hab das schon ganz leise gedreht. Aber keine Sorge. Weißt du, dass ich einen riesen Holzstapel und der nimmt irgendwelche Reste mit. Die kann man dann mit den Holzlöffeln und Haarbürsten zu wenden verarbeiten oder wie. Ja, du musst das einfach zusammen vergleichsamen und dann geht das schon, ne. Der Fuchs mag Verstrahlung. Bleibt der einfach mitten in der Seuche stehen? Ja, ich wollte mal wissen, was passiert. Ich hab gelernt, das ist nicht so gut. Man muss ja erstmal lernen, ne. Alter, dann gehen wir mal hier in das Häuschen rein. Das ist bestimmt auch noch was zu lupen. Hallo? Oh, guck mal, hier ist sogar Teppich. Den können wir mitnehmen. Ich hab eine Katze gehört. Ich hab eindeutig ein Mio gehört. Oh, ein Besen und ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich höre eindeutig ein Mio. Wo ist das Miauen? Ich würde es streicheln. Irgendwo muss es sein. Ich höre es Miaunzen. Bist du alphimäßig auf dem Klo? Nein, er ist nicht alphimäßig auf dem Klo. Vielleicht wächst in dem auch ein zweiter Kopf. Man triggert die Geister mit der Stimme. Wenn die am Handen sind, musst du die Klappe halten, damit sie dich nicht finden. Macht Puls. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für Geister. Keine Ahnung, ich kenne das Game nicht. Aber ich gucke mir das an. Also ich kaufe es auf jeden Fall und dann machen wir das einfach. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich noch gar keinen Schatten davon habe. Vielleicht sollte ich mir das vorher gar nicht angucken. Sondern wir lassen es einfach passieren. Wo ist die Katze? Nachricht für Sammy. Oh, lesen wir doch mal, was Sammy so übergelassen hat. Oh, so viel zu lesen. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt. Hat uns alle gewarnt. Der Vianz ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorrichte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, zu Abby über den Bergen zu kommen. Die Freien Staaten wissen sicherlich mehr. Sammy, falls du das liest, geh zu Abby. Sie geradeaus im östliche Richtung vom Red Rocket Megastrop. Sie kennt die stählende Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich in dieser verdammten Zeit ja nicht wünschen. Okay. Karte aktualisiert. Flasche Pickaxe Pilsner. Das nehmen wir natürlich. Was er hat gepackt, weil er abhauen wollte über die Berge. Was nimmt er sich mit? Ein Pilz, ne? Mehr braucht er nicht. Ein Pilz reicht. Damit kommt er... Da ist sie! Oh. Chewswick? Chewswick die zweite? Kann ich die streicheln? Nein. Oh. Sogar ihr Öhrchen klappt um. Süß. Skalpell, Zigarre. Hier habe ich doch gerade noch irgendwo Munition gesehen. Müsst du mitkommen? Tschüss, tschüssix. Immerhin lebt sie bei dir. Kann auch tot sein. Oh, ne. Bei mir läuft. Man muss auch mal Glück haben, ne? Ich habe ja sonst nicht so viel Glück. Aber hier immerhin jetzt mal. So. Okay. Wir haben jetzt ja ein bisschen Holz gesammelt. Wird das wohl schon reichen oder brauchen wir noch mehr? Was, was meint ihr? Ist das der Tod? Hallo? Richtig eklig. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Holz brauchen oder ob das schon genug ist. Wenn man so einen Holzstapel jetzt mal weggeräumt, ne? Ich würde sagen, das könnte reichen. So, wo wir schon mal hier sind. Jetzt lassen wir mal auf die Map gucken. Wir haben auch noch so eine Mission. Mach mal hier. Stell eine Rüstungsteil her. Stell eine Waffe her. Lass mal eben das machen. Wird nicht reichen. Okay. Dann müssen wir noch mehr Holz suchen. Aber ich mach mal nebenbei eben diese Quest, damit wir das jetzt so eine ganz basic... Ah! Noch mehr Holz! Zeig mir nicht, dass ich das nicht einsammeln kann. Ist jetzt euer fuckiger Ernst oder was? Kannst du dir nicht ausdenken. Ich will das mitnehmen. Savi! Eins, zwei, drei, drei. Grüße gehen raus und willkommen im Fuchsbau. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Er will doch wohl eben so einen Holzstamm unter den Armen... Zwei unter jeden Armen ein und dann geht das doch. Das kannst du dir... Kann doch nicht sein. Ich finde zwar die ganze Zeit Holz, aber ich kann es nicht mitnehmen. Mobbingholz. Falka, das hast du schön gesagt. Das Holz mobbt mich hart. Tja, dann sind wir mal wieder auf der Ewigbär in den Quest Holz zu finden. Das ist schon cool. Da ist doch auch Holz. Lass mich doch einfach den Baum mitnehmen. Wir gehen mal weiter suchen. Haltet mal die Augen offen, weil ich... Werde wieder an lauter Baumstärmen vorbeilaufen, dann einfach schreien. Da ist wieder einer. Und dann kommt das bei mir mit einem Delay von 30 Sekunden an. Wahrscheinlich sogar länger. 60 wahrscheinlich sogar. Und dann werde ich schon so weit gelaufen sein, dass ich das eh nicht mehr finde. Aber es ist trotzdem ein Versuch wert. Okay. Wir haben Holz. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe so das Gefühl, die Zeit geht rum und man macht irgendwie gar nichts. Ich muss nur noch mal gucken. Noch eine halbe Stunde, Leute. Das schaffen wir noch. Komm. Wir schaffen den Quest doch. Und wir schaffen mindestens... Die Holzfarmroboter geben auch ab und an Holz. Okay. Ich habe irgendwie gar keinen mehr gesehen. Also die Holzfarm ist ja das da vorne oder nicht. Man kann vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen. Da, wo diese wunderschöne Kuh ist. Und diese einsame Hütte. Vielleicht gibt es da noch mehr Holz. Dann wird man wieder mal eingeladen, irgendwas zu machen. Da ist noch Holz. Aber hier geht doch jetzt gerade was. Wir haben doch schon vier Holz und noch mehr Holz. Ich weiß ja nicht, wie viel dabei rauf geht. Aber hier geht es jetzt gerade doch eigentlich ganz gut steil mit Holz. Langsam hat der Fuchs es raus. Ja, ich erkenne jetzt Holz. Es läuft einfach. Also ich muss, glaube ich, umschulen. IT ist nicht mehr mein Ding. Ich werde jetzt Holzfäller. Habe ich auch im Holzfäller-Simulator gelernt. Das Holz auf dem Laster ist einfach noch zu gut. Der will immer nur so ein paar Eisschiele mitnehmen. Das wäre eine solide Wende. Du, da muss ja auch noch ein bisschen Frischluft rein. Sonst schimmelt das. Weißt du? Da muss man für ein bisschen Durchzug sorgen. Und Fenster ist gerade nicht angesagt. Deswegen machen wir so ein paar Löcher rein. Dann lassen wir hier und da mal einen Löffel weg. Und dann kann es auch durchziehen. Dann läuft das mit der Luftzirkulation. Also hier einfach am Wasser lang gehen. Hier sind überall Baumstümpfe. Das ist super. Das ist richtig gut. Ist das für den Spieler-Camp oder ist das das? Das ist doch da, wo ich die Quests machen muss. Das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Seinerzeit damals. Als ich das Spiel gespielt habe. Ich will ja nochmal erwähnen. Ich habe dieses Spiel, ja damals, irgendwie zwei oder drei Tage nach Release gekauft. für 1,99 Euro. Ich will es nochmal erwähnen. 1,99 Euro. Nur, dass ich nochmal gesagt habe. Das war ein guter Deal. Alter, jetzt läuft es doch. Hier geht es nicht. Das wird dann mit alten Kaugummi zusammengeklebt und kann mit Klebeband verstärkt werden. So sieht es aus. So sieht es aus. Und damit das dann gut duftet, laminieren wir das. Laminieren ist falsch. Wie heißt das? Lasieren? Lasieren wir das noch mit diesem Mutterbeeren-Tee, den ich da gebraut habe. Dann kriegst du noch so eine leichte Lasur. Dann riecht es auch ein bisschen fruchtig. Das wird eine tolle Sache. Bist du ein Spieler? Bist du ein... Das ist ein anderer Spieler. Lass mal eben kurz hingehen. Lager der Aufseherin. Ja, ja, gleich. Ich will ja eben dem Spieler Hallo sagen. Guck, ob er auf mich schießt. Ich warte darauf. Also die ganzen Agro-Leute sind alle weg. Früher bist du doch dauernd über den Haufen geschossen worden. Hallo? Du siehst ja gruselig aus. Wenn mir so einer entgegenkommen würde, du... Hey, hey, hey. Okay, so. Auf zum Lager der Aufseherin. Da ist der Nächste. Den kennen wir doch schon. Ja, moin. Hallo, hallo. Immer noch mit seiner Machete unterwegs, der Junge. Das läuft. Das läuft. Okay. So, wir sollen jetzt... Du kannst doch auch Emotes wie Winken machen. Ja, weiß ich, aber keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, dass es die gibt und man kann die auch kaufen und so. Baller ihm die Eier weg. Jo, ich glaube, das wird nichts. Hast du gesehen, wie der aussieht? Herstellen. Gegenstände verwerten. Untersuche den Flughafen. Finde heraus, was der Schlüssel macht. Stelle eine Waffe her. Machen wir mal. Herstellen. Wir stellen jetzt erstmal eine Waffe her. Vielleicht kann einer mal eher googeln, wie man Emotes macht. Na, Kampfklingenwaffe. Ein Kampfmesser. Eine Machete. Wir brauchen eh eine neue. Und da brauche ich kein Holz für. Sehr gut. Waffe herstellen. Herstellbares umschalten. Herstellen. Space. Stufe 5. Geil. Waffe verschleißen durch Gebrauch. Ja. Hat an den Chiefment gegeben. Verlassen. Die können wir auch direkt ausrüsten. Als unsere neue Lieblingswaffe. Geh gedrückt halten. Ich suche jetzt weiter nach einem. Nach meinem Lieblingsgegner im Spiel. Mach mal eben. Sag mir, wo ich ihn finde. Ich habe Geh gedrückt halten. Ach, guck mal hier. Ach du Scheiße. Ich sehe wirklich wunderschön aus. Ich sehe gar nicht so Abfalleimer mäßig aus. Es geht. Dann hört doch wieder auf, die Dinger zu machen. Irgendwann. So. Dort haben wir gemacht. Wir haben eine Waffe hergestellt. Was soll ich noch machen? Stelle einen Rüstungsteil her. Aktivieren. Hup. Geil. Gab es hier nicht von der Aufseherin auch irgendwie noch einen Audio-Log oder sowas? Mir wäre so, als hätte die hier irgendwie einen Audio-Log rumliegen, dass man dann ansammelt. Den Gegner willst du nicht treffen. Der zerlegt dich in einer Sekunde. Ja, da können wir wenigstens den Death-Counter mal hoch machen. Hier Kopfbedeckung. Gebirgsjäger-Brille. Im Atomic Shop freischalten. Ich muss das erst freischalten, oder was? Wenn ich das jetzt herstellen will, kostet das? Ne. Keine Ahnung. Leichte Rüstung. Hier, guck mal. Wir können Rüstungsteile herstellen. Wir brauchen nur mehr Leder. Linker Arm. Wir sollten vielleicht mal wirklich so ein bisschen Rüstung herstellen, aber wir müssen erst... Also erstmal machen wir eins nach dem anderen. Ja. Eins nach dem anderen. Erstmal unser Haus ein bisschen bauen, dann machen wir eine Rüstung. Und wenn wir dann so eine Grundrüstung und unser Häuschen haben, wo wir uns ständig mit Essen versorgen können, dann können wir ja eigentlich loslegen und mal ein bisschen Quests machen, ne? Wäre ich im Game, könnte er mit Glück an meiner Base spawnen, dann hätte... Ich bin mir eingeladen. Ja, sehr gerne. Wenn du mal kannst, sag Bescheid. Ich komme dich gerne mal besuchen. Ich komme euch alle gerne mal besuchen. Also wenn jemand das Game auch daddelt und meint, komm mal rum. Ich habe eine Rüstung für dich, Alter. Oder ein bisschen was zu essen. Komme ich gerne rum. So. Jetzt haben wir das alles gemacht. Im Checken. Hier müssen wir eben unsere Quests sowieso mal anschauen. Wo finde ich denn die? Journal oder nicht? Warte. Hier raus. Journal. Ja. So. Eine letzte Abreise. Untersuche den Flughafen. Auftragsjäger. Optional. Baue eine Waffenwerkbank in deinem Camp. Da sind wir ja gerade dabei. Das machen wir jetzt erstmal. So. Let's go. Wir gehen jetzt erstmal wieder in unser Camp. Warum zeigt der Questmarker in diese Richtung? Finde heraus, was der Schlüssel öffnet. Da muss ich nach da oben. Ist das eine coole Idee, da hinzulatschen? Oder werden wir drauf gehen? Wir können ja einfach mal loslaufen, ne? Das wäre einfach hier vom Vault den ganzen Weg entlang. Und dann werden wir hier oben wahrscheinlich drauf gehen. Aber wir gehen jetzt erstmal unser Haus bauen. Komm. Geht zu unserem Lager, bitte. Einmal den Fox anmarkieren. Pop. Auf geht's. Das machen wir jetzt mit Fokus. Und danach. Oh, Battle will be legendary. Ich glaube, das Battle wäre sehr kurz. Einmal tritt in die Eier und ich bin tot. Das wird schon. Das wird gut werden. Den Ziegengegner weiß den Namen nicht. Wir müssen einfach nach Ziegengegner suchen. Was stimmt bitte nicht? Eine Menge. Aber ich sage mal so. Normal sein ist halt auch immer echt lame. Also ich finde, so einen leichten Knacks muss man schon haben. Habe ich auch. Also bei mir ist der so ein Mittel. Der ist schon. Alles klar. Der ist eklig. Wollt ihr mich zu dem hinführen? Wollen wir den besuchen? Ich höre doch da wieder irgendwas rumkreucheln und fleuchen. Boah, ist das hell. Da knallt dir die Sonne direkt an der Fresse. Das ist ein bisschen arg hell jetzt. Also mit der Sonne haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen. Minimal übertrieben. Minimal. Aber nur minimal. Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. Es ist einfach nur hell. Okay. Ah, es wird schon. Das wird schon. Aber es sieht schön aus. Wenn ich seinen Ruf höre, schreie ich. Den hört man sehr weit. Alles klar. Ich bin gespannt. Gib einfach laut. Also die Sunrays sind schon schön. Also das will ich jetzt auch nicht absprechen. Sieht schon hübsch aus. Aber es ist vielleicht ein bisschen viel. Da bleibe ich bei. Es ist vielleicht ein bisschen viel. Schau dir das an. Ich sehe ja gar nichts mehr. Und da am besten jetzt noch einen Kampf gegen einen Gegner. So, wir nähern uns unserer Base. Wenn sie noch da ist. Aber jetzt mal ohne Spaß. Wenn man dann auf einen anderen Server geht. Und an der Stelle, wo meine Base ist. Es ist schon eine Base. Dann wird das einfach abgebaut. Und ich muss alles immer wieder neu von vorne aufbauen. Und vor allen Dingen, wo packen die den Kram denn hin? Wo wird denn das dann gelagert? Und was ist, wenn ich nicht genug Lagerplatz habe. Für den ganzen Kram. Was geschieht? Was geschieht? So, wir scheinen gleich da zu sein. So, hier war die doch irgendwo. Ich finde so viele Baumstämme. Das ist so unfassbar gut. Wo ist meine Base? Ich kriege mich am Sabbern hier. Oh, lauter Aufregung. Oh ne, das ist noch ein gutes Stück. Ein gutes Stück ist das noch. Nein, die wird vorgeschlagen, den Server zu wechseln oder die Base zu versetzen. Ah, okay. Also ich kann die gesamte Base versetzen, ohne dass ich sie neu bauen muss. Ist das hier eine Spieler Base oder ist das der Ort? Ich gehe mal kurz gucken, was das hier ist. Ich bin mal wieder abgelenkt, ne? Oh oh. Die! Oh oh. Ihr seht, was ich meine, ne? Also, oh je. Irgendwas bewegendes in diesem Game zu treffen ist nicht so easy. Aber es geht, es geht, es geht. Wenn man nachher erstmal Rüstung hat und so. Alles nice. Das sieht nicht aus, als wäre es von den Spielern gebaut. Ich glaube, das gehört zur Welt. Gleich ist er tot. Unsinn. Nun muss man ein bisschen mehr Vertrauen haben. Ein Pro-Gamer. Muss nur meine, muss nur meine Base wiederfinden. Aber auch das schaffen wir. Ist das hier? Kann ich das als Holz mitnehmen? Ne. Geht nicht. Hier geht's. Das ist doch. Eine Autobahn. Alte Highway wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Okay. Ist in-house. New River George Resort entdeckt. Und dann mal gucken. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Lohnt sich das noch zu gucken? Ja, doch. Wir haben noch Platz. Auf geht's. Da wird gerade ein Spieler gesucht. Hab ich das richtig gesehen? Hier, der wird gesucht. Und der macht sich auf den Weg zu uns. Ich wette gleich, wird der uns angreifen. Hallo. Du siehst ein bisschen tot aus. Vorkriegsgeld. Ein Telefon. Große Babyflasche. Und eine Babyraste. Ich weiß, wer das aktuell gebrauchen könnte. Ich hab da so eine Idee. S-O-Tronik. Kann ich mir was rausnehmen? Schimmeliges Essen. Na toll. Gummibonbons. Die gehen wohl noch. Yo. Tschüss. Dreieckig gefaltete US-Flagge. Ich höre hier schon wieder irgendwas, aber ich sehe nichts. Lupe. Ich höre hier schon wieder. Ich höre hier. Ich höre hier. Ich höre hier. Ich höre hier. Sieht nicht so aus, als gäbe es noch einen oben. Oder wenn, ist das oben sehr klein. Nee, da ist nichts mehr mit oben. Hallo? Was ist mit dir los? Was liegst du hier einfach rum? Muss man... Nee, du... Nee, du Überrasse-Spielzeug fällt man hier schon drüber. Der Falke könnte es auch gebrauchen. Ja, stimmt. Ich kenne sogar zwei Leute, die es gebrauchen können. Erforderlich. Skill 1. Dein Skill 0. Es ist immer traurig, wenn dein Spiel dich so direkt disst. Weißt du so? Dein Skill 0. Noch 17 Minuten. 17 Minuten noch. Wie kann das denn hinhauen? Ah ja, die 5. Pause. Ich mache jetzt immer nämlich eine fixe Stunde. Da nochmal ein Pilsener. Ich überlege schon kurz gerade so, ob wir nicht doch noch so ein Stündchen dranhängen. Weil jetzt bin ich schon drin, so, weißt du? Wenn jemand Bock hat. Also wenn ihr Bock habt. Ich habe ja noch nicht mal meine Hausteine gebaut, weißt du? Man muss ja auch noch ein bisschen was schaffen. Haut es mal, haut es mal in den Chat rein. Ich will noch verlängern. Bookstream mal schneller. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Das kannst du nebenbei machen. Passiert eh nicht so viel. Master Moo ist jetzt gesucht. Da ist eine Blähfliege. Oh Gott, deswegen soll ich die denn... Ich habe sie getroffen. Aber wo ist sie jetzt hin? Wahrscheinlich ist sie in Gänze explodiert. Explodiert. Mach mal. Ich bleib auch. Ja gut, dann machen wir noch. Komm. Morgen wird so oder so ein Kacktag. Ob ich da müde bin oder nicht, ist doch auch egal. So, wir sind eigentlich auf dem Weg zu meiner Base. Ich habe mir doch noch so einen Marker gesetzt. Ein bisschen Fokus jetzt, Fuchs. Wenigstens die Base wollen wir. Ein Raum. Ich will ja nur einen Raum. Das muss ja nicht mal irgendwie dick sein. Ein Raum. Ein kleiner Raum. Aber reicht mir das schon. Du, 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 du. Baumstämme. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Leerfliege. Leerfliege. Warte. Was war's? Kuh? Am besten höre ich mal auf, mit meiner Waffe zu schießen, weil ich habe gar nicht mehr so viel Munition, oder? 17, 16. So sechs in einem. Gehen wir mal lieber wieder eher auf unsere Machete. Hier ist noch ein Gebäude. Was gerade so mega kacke. Stress ist einfach nur mega kacke. Bei uns ist momentan auf Arbeit einfach die Hölle los. Keine Ahnung, was da los ist. Leute drehen alle am Rad. Und deswegen bist du abends einfach auf. Also bei mir geht gar nichts mehr. Also wirklich. Gar nichts mehr. Manchmal ist sogar einfach auf den Couch chillen und eine Serie gucken schon zu stressig. Nichts geht mehr. Aber auch das wird sich irgendwann hoffentlich doch mal wieder normalisieren. Ich habe gedacht, das Jahr fängt dann mal ein bisschen ruhiger an. Nix ist. Ist einfach nur verrückt. Zwei Schuss für eine Fliege. Ja, die ist halt klein. Ne? Und das Wetz ist halt nicht mehr das, was es mal war. Wir nähern uns dem Ziel. Aber das sage ich schon die ganze Zeit. Vorsichtig. Wir wollen uns nicht die Beine brechen. Das ist wichtig. Brauche ich noch Tee? Ja. Wenn wir nur eine Stunde machen, brauche ich noch was für mein Stimmchen. Sonst wird er nichts. Hier können wir unser Handy aufladen. Hier ist Strom. Mega gut. Das kannst du auch so ein Background-White-Noise-mäßig laufen lassen. Die Geräusche vom Wald, die Musik und einfach nur die Schritte. Wir sind immer noch nicht da. Wie weit ist denn das weg? Warum habe ich meine Base so weit weg gebaut? Ach ja, wegen dem Fuchs. Ja, natürlich. Klar. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. So ist die wenigstens sicher. Man kann auch schnell reisen, aber das kostet. Am Anfang habe ich da noch keinen Bock drauf. Wir sind doch so arm. Aber vielleicht machen wir das dann doch gleich mal. Wir können ja nicht nur rumlaufen. Jetzt mache ich das primär noch, um eine Holzausschau zu halten. Oh, ich will euch auch die schöne Landschaft zeigen. Die ist halt wirklich cool. So, hier war das doch irgendwo. Hier ist der Flughafen. Ich habe das irgendwo hier unten hingestellt. Viel war das ja noch nicht. Quest begonnen. Beanspruch auf Flughafen von Wade. Die Werkstatt wartet darauf, von dir beansprucht zu werden. Oh. Was soll ich mit der Werkstatt machen? Und müssen wir verhüten? Ich habe Fragen. So. Ich denke mal, dieses Symbol da ist jetzt mein Camp oder was? Hier. Hier. Da ist es doch. Oder nicht? Dieses Ding hier. Ah, ich habe auch schon ein bisschen Bodenplatten gebaut. Guck mal. Zu deinem Campreisen ist immer kostenlos. Ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Ich bin jetzt da hingelatscht, obwohl es gratis gewesen wäre. Jetzt ernsthaft? Gut zu wissen. Wunderbar. So, ich würde sagen, ein bisschen vergrößern können wir dann noch. Alter, ihr macht mich fertig. Das ist ja schön. Cool, cool, cool. Stellen wir mal was her, würde ich sagen. Was? So, komm. Hab ja Holz gesammelt. Genau. Uppala, was ist das? So, wie schalte ich jetzt hier nochmal durch? Das ist wieder anstrengend. Ähm, mit Z. Kürzlich. Wie gehe ich in die andere Richtung? Mit Z natürlich, ist ja ganz klar. Böden. So. Holz. Gegenstand nicht platzierbar. Obergeschoss muss oben an einer Treppe sein. Ich will kein Obergeschoss. Ist das? Das ist einfach Holzboden. Boden, Holzboden? Ja, guck mal hier. Platzieren. Cool. So. Docken wir hier nochmal an. Ja, so ist fein. Guck mal hier. Genau. Alter. So, dann einmal. Oh, es braucht seine Zeit. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist geschehen? Es ist kaputt. Es ist kaputt gegangen. Okay. Es geht wieder. Hast ja Holz gesammelt dabei. Jo, 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 jo. So, wie groß machen wir das denn? Ich will jetzt erstmal nur ein Haus haben. Ich würde sagen, kann man sowas dann auch wegbauen hier? Wir sehen es gleich. Komm. Herstellen. So. Clip das mal da ran. Alter, das braucht seine Zeit hier. Ö, das muss laden. Warte. Du aber. Machen wir noch eins in die Richtung? Genau. Wie viel Holz haben wir noch? Oh, es wird weniger. Ich würde sagen, das reicht schon. Oder so viel mehr Platz. Oder noch zwei in diese Richtung kommen. Dann reicht das erstmal an Platz. Zum Wohlfühlen ist das genug. Jetzt brauchen wir Wände. T schalten wir zu Wänden. Was haben wir denn da so? Wir bauen so ganz normale, entspannte Holzwände, ne? Gibt es auch welche mit Fenster drin? Oder sind die immer alle dicht? Ach, guck mal. Das muss ich jetzt freischalten. Ihr wollt mich verarschen, Alter. Unnormal. Kann man das nicht später noch erweitern, Fuchs? Baut erstmal eine Villa. Aber da fehlt noch der Pool. Ihr wisst doch, wie gerne ich Pools mag. Und meine mir anvertrauten. Mach dich lieber nicht lustig über mich, Falkes. Sonst lade ich dich bei mir zum Schwimmen ein. Äh, bloß ein Bups. Du hast ja genug Holz gesammelt. Nach rechts sind die mit Fenster. Nach rechts? Man kann das durchschalten. Ja, witzig. Geil, danke. Danke für die Info. Dann muss ich ja nochmal abbauen, eigentlich. Na, egal. Machen wir hier eins. Wobei, gut, das Fenster ist auch eine Lachnummer, ne? Man kann ja nicht durchgucken. Aber trotzdem cool. Danke für die Info. Oh. Die Steuerung wird mal kurz zu aktiviert, weil der Server nicht antwortet. Entweder ist mein Internet weg oder fordert halt ein Problem. Wir gucken mal, hab ich noch Internet? Hab ich noch Internet? Hab ich noch Internet? Das Internet ist noch da. Sehr schön. Server antwortest du nochmal oder bist du jetzt ganz down? Ich kann ja schon mal gucken, ob es ein Privateser gibt. Also, wir sehen dich auch noch. Ne, das läuft auch noch. Internet ist da. Es läuft. Wir müssen jetzt einfach kurz warten, ob der Server sich beruhigt oder ob wir fliegen. Weil Sims gerade angerissen wird. Geht es weiter? Sims geht weiter. Ich hab mir sogar im Winter Sale noch DLC dazu gekauft. Einmal das, wo man einen Job machen kann. Ich glaub, dieses Essen-Ding hab ich gekauft. Und an die Arbeit oder so. Zwei Stück hab ich mir gegönnt. Nur die Zeit halt. Das Problem ist momentan die Zeit. Ich wollt jetzt eigentlich erstmal alles beenden. Und Sims muss dann immer so ein Wechsel mit Minecraft passieren. Das sind nämlich jetzt die zwei Laber-Dinger sozusagen. Und weg ist es. Hab ich nicht vorhin gesagt, wie schön stabil die Server jetzt laufen? Mal sehen, wo wir jetzt sind. Rechne mit einem Rausschmiss. Das Glück, dass er sich fängt, wird meist mit einem erneuten Einfrieren belohnt. Ja, wunderbar. Okay. Ah, dann. Reingeht's. Also, es geht auf jeden Fall weiter. Weil jetzt hab ich auch schon Geld reingepumpt. Und irgendwie kommt's echt gut an. Es ist einfach nur bei mir die Zeit. Ich komm nicht hinterher. Und auf jeden Fall für dieses Jahr ist ein neues Ding dann geplant, wenn Enderal durch ist. Ich muss erstmal Enderal fertig machen und Cyberpunk fertig machen. Und wenn die beiden dann durch sind, dann fangen wir mit etwas Großem an. Wo ich immer noch nicht weiß, ob ich es streamen oder ob ich es let's playen soll. Ich glaube, let's playen ist aber sinniger. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich werde es tun und ich werde Angst davor haben und... Oh nein, oder? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ist das nicht sogar weniger als vorher? Hatten wir vorher nicht schon mal vier Platten oder was? Nochmal kurz. Die Fensterläden kannst du auch öffnen zum Rausgucken. Sehr gut. Ich liebe Sims. Dank dir spiel ich jetzt auch wieder. Ja, sehr gut. Immer schön, die Leute zu motivieren. Das freut mich immer. Das freut mich immer. So. Aber wir machen auf jeden Fall auch weiter. Ich habe auch tatsächlich voll Spaß wieder dran. Total irre. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber irgendwie ist witzig. Ich habe halt auch Bock. Ich habe dieses Magier-Ding auch noch. Das heißt, ich muss mir bald mal einen 9-Zim machen und dann müssen wir den dann auch mal spielen. Und was für ein Spiel. Ich habe in meinem Jahresrückblick einen Hinweis auf das Game eingebaut. Und warte eigentlich nur darauf, dass ihn jemand bemerkt. Aber ich glaube, soweit hat es entweder keiner geguckt oder hat den Hinweis nicht bemerkt. War ja nicht gespeichert. So ein Absturz beginnt meist früher, als das Spiel er mitbekommt. Nur kein Stress. Ein gechillter Fuchs ist ein Fuchs, den ich mir gerne anschaue. So ist es auch. So ist es auch. Ich bin halt kein Vollzeit-YouTuber. Ich muss ja nebenbei noch ein bisschen arbeiten und so. Zack. Und der Garten. Da ist ja auch noch dieser Garten. Oh Gott, ich vergaß. Der ist auch noch da. So, Böden. Dann machen wir noch mal. Aber mein Holz ist noch da, oder? Ja, immerhin. So. Und das Schöne ist, es ist jetzt auch wieder Tag. Ich glaube, hier geht es nicht weiter, da ist ein dicker Baum im Weg. Aber wir können hier nochmal einen hinsetzen. Können hier nochmal einen hinsetzen. Aber wir machen drei in jede Richtung. Komm, das kann man schon bringen. Ein bisschen Platz muss ja auch sein. Wir müssen uns ja auch ein bisschen wohlfühlen. So. So, wir brauchen kein Riesenhaus. Oh, vielleicht doch noch ein? Komm. Einen machen wir noch. So. Soll sich auch lohnen, ne? Dann brauchen wir Wendi. So, jetzt erstmal die mit Fenster lehnen. Wir haben, ich würde sagen, wir machen hier eins mit Fensterladen hin. Und hier eins mit Fensterladen hin. Hier eins mit Fensterladen hin. Und hier zwei. Einmal eins mit Fensterladen. Und hier eins mit Fensterladen. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Ups, scheiße. Wie mache ich das wieder weg? Kacke, warte mal. Scheiße. Ich wollte eigentlich weiterschalten. Zur Tür. Wir brauchen nämlich eine Tür. Kann man auch mit geschlossener Tür machen? Oder muss ich die Tür separat bauen? Ich kann mit Sims immer noch nichts anfangen. Das ist, glaube ich, das gleiche wie bei mir mit Animal Crossing. Das ist ja so süß, dass du dich entschuldigt hast dafür, dass du Spaß an Animal Crossing hast. Das muss ich dich entschuldigen. Ich sage ja nur, dass ich... Ich kriege es halt nicht gebacken. Ich kriege einfach keinen Zugang. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass das Leute komplett weghuckt. Das verstehe ich auch. Das siehst du ja auch an den... Ich kaufe es ja auch jedes Mal wieder. Ich habe ja auch ein bisschen Spaß dran. Aber irgendwie kommt bei mir halt irgendwann im Hinterkopf immer dieses... Was machst du denn da eigentlich? Tür extra. Alles klar. Dann platze ich das mal. So, wie baue ich wieder was weg? Wie baue ich wieder was weg? Ich sage ja, ich liebe Animal Crossing. Es gibt genug Leute, die das einfach abfeiern ohne Ende. Und das ist doch völlig in Ordnung. Und ich will es ja auch immer abfeiern. Aber es geht bei mir halt schon los damit, dass ich kein süßes Tier sein kann. Kotze ich schon. Mein Lieblingsgegner spawnt nur in Bereichen, welche niemals Leben aktuell betreten kannst. Du würdest vorher schon gnadenlos sterben. Auf Tab. Also Baummodus und dann Tab. Dankeschön. Dankeschön Unherz. Geht los. Baummodus und dann Tab. Ah. Und dann kann ich sagen bewegen. Cool. Dankeschön. Dankeschön. Das hat doch geholfen. Sehr gut. Dann füllen wir den Rest jetzt noch mit normalen Wänden aus. Sehr, sehr cool. Ohne Fenster. Bums. Wow, wieder ein Achievement. Das läuft einfach. Achievements gehen rein. Also das macht ja auch Laune. Wäre nichts sagen. Aber ich habe das in Fallout 4 sträflich vernachlässigt. Dieses ganze Gebaue. Und meine bessere Hälfte ist da steil gegangen. Und mein Bruder ist noch steiler drauf gegangen. Was der sich da für Dinger hingezaubert hat. Unnormal. Unnormal. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Dach. Brauchen wir noch ein Dach. Oh, geht das schon. Kann man auch eine zweite Etage drauf bauen? Wahrscheinlich ja, ne? Wir machen jetzt erstmal nur eine. Und man kann ja später noch erweitern, ne? Ist das ein Dach? Zählt das als Dach? Ja. Ist jetzt nicht das schönste Dach, aber ist ja auch egal. Da fragst du was. Irgendwas zwischen 80 und 100. Hab lang nicht gespielt. Wenn der... Wegen der vielen Hacker. WB-Alaumi. Zack. Das Hacking-Problem scheint sich aber... Hat sich das gelöst? Oder gibt es das immer noch? Also ich habe mich auch jetzt im... Vorlauf auf diesen Stream nicht informiert. Ich dachte einfach nur, weißt du, komm. Du hast ja mal 1,99 Euro dafür bezahlt. Nein! Wir brauchen Stahl! Gut. Das ist also ein Stahl-Ding. Tatsache. Wir brauchen Stahl. Ich würde auch ein Stahldach haben. Ist mir wichtig. Die Tür ist ein bisschen kacke gemacht, ne? Ähm... Okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier hingehe... Ähm... Herstellung. C? C, C. Herstellung. Was ist das? Rüstungswerkbank, Kochstation, Waffenwerkbank. Wir brauchen Schrauben. Wir brauchen so viel Zeug. Wir müssen jetzt irgendwie Zeug wiederverwerten. Geht das einfach so aus dem Inventar raus? Oder? Mal sehen. Oder brauche ich da eine Station? Ich brauche bestimmt eine Station, wa? Ich denke, wir müssen erstmal wieder los. Aber wir können mal... Uppala. Noch eine Tür wenigstens bauen, oder? Das geht... Haben wir vielleicht noch genug für eine Tür? Das Dach kriegen wir wohl nicht mehr fertig. Aber... Eine Tür vielleicht noch. Türen. Was ist los? Oh, der Timber ist abgelaufen, Leute. Wir müssen gleich Pause machen. Wir machen jetzt noch eine Tür. Und dann machen wir kurz 5 Minuten Pause. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Aber eine Tür machen wir jetzt noch. Oh, schade. Uns fehlt Stahl. Wir brauchen Stahl. Ohne Stahl geht doch nix. Hier sind verschiedene Türen. Guck mal. Da brauchen wir jetzt Baupläne. Und hierfür brauchen wir aber Stahl. Okay. Ja, ist klar. Moin, die lieben. Wir machen eben nochmal entspannte 5 Minuten Pause. Und dann streamen wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es nochmal genau eine Stunde wird. Weil maximal 23, so 10. Muss ich aber auch mal Schluss machen. Aber deswegen. Wir machen jetzt ganz entspannte, schnelle 5 Minuten Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Organisiert euch was zu knabbern. Organisiert euch was zu trinken. Und dann geht es schon. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017